In Ordnung. Hier sprechen wir über ein bestimmtes Buch, 100 Jahre Einsamkeit, und es gibt zwei Schüler, die dieses Buch diskutieren. Die beiden Schüler sind Saiho und Annika. Sie haben ihre eigene Einschätzung zu den verschiedenen Themen, die in diesem Buch vorkommen. Die drei Hauptthemen sind Ich werde sie kurz für sie hervorheben, Zeit, Schicksal und Magie. Und zuerst sehen wir hier in der Grafik das Fendiagramm für Saifus Einschätzung. Wenn Sie das einfach nur lesen, dann behandeln laut Saiho 20% des Romans alle drei Themen. 20% des gesamten Buches befassen sich also mit Zeit, Schicksal und Magie. Dann denken Sie daran, dass etwa 40% des Romans nur die Themen Zeit und Schicksal behandeln, aber nicht Magie und so weiter. Beachten Sie hier nun eines. Wenn Sie alle diese Prozentsätze für Saiho sehen, beträgt die Summe all dieser 100%. Das bedeutet, dass dieses Fendiagramm tatsächlich die gesamte Bewertung für Saiho darstellt, und das ist der gesamte Roman, den er bereits berücksichtigt hat. Das bedeutet, dass diese Abschnitte, die wir leer sehen, selten 0% des Romans ausmachen. Das bedeutet, dass sich kein Teil des Romans nur mit der Zeit befasst. Ähnliches gilt für das Schicksal, wobei sich laut Saiho jedoch 10% des Romans nur mit Magie befassen. Okay, das ist die gesamte Einschätzung von Zipfo. Schauen wir uns nun Anka an. Anka stimmt mit vielen Einschätzungen von Saiho überein, aber anscheinend nicht mit allem. Aber wir werden weiterlesen. Insbesondere stimmt Annika in allen Abschnitten des Romans, die sich laut Zipfo mit der Zeit befassen, zu, dass sich dieser Abschnitt tatsächlich mit der Zeit befasst. Wenn Saiho also sagt, es sei Zeit, sagt Annika, ja, es ist Zeit. Das gleiche gilt für die Themen Schicksal und Magie. Das bedeutet, dass Annika überall dort, wo Zipfo sagt, es sei Schicksal, zustimmt. Ja, es ist Schicksal. Wenn Saifo sagt, es sei Magie, stimmt Annika zu. Auf diese Weise hat man das Gefühl, wo sie sich überhaupt uneinig sind. Das werden wir verstehen, wenn wir weiterlesen. Jetzt geht es also los. Annika vertritt jedoch entgegen Saifes Einschätzung die Ansicht, dass jeder Abschnitt des Romans, der sich mit dem Thema Magie befasst, auch das Thema Schicksal thematisiert. Anuka ist also der Meinung, dass überall dort, wo Magie vorkommt, auch Schicksal vorhanden ist. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Saifo und Anka. Im Großen und Ganzen sind sie sich aber einig. Das bedeutet also, wenn ich noch einmal auf das Wann-Diagramm zurückkomme, wenn Saifo der Meinung ist, dass es in etwa 50% des Buches um Zeit geht, dann stimmt Annika in allen 50% dieser Stellen auch zu, dass es im Grunde nur um das Zusammentreffen von Magie und Schicksal geht. Laut Annika geht es nicht darum, dass es entweder Magie ist, es aber tatsächlich Schicksal ist oder Magie ist, es aber tatsächlich Zeit ist. Das ist nicht das Problem. Wir müssen also wirklich mehr über Annikas Einschätzung herausfinden, denn beide Aussagen beziehen sich auf sie. Versuchen wir also, uns die Veränderung vorzustellen, die sich im Wann-Diagramm aufgrund dieser Aussage hier ergibt. Was hat Annika also noch einmal gesagt? Immer wenn Magie im Spiel ist, ist auch Schicksal im Spiel. Ihrer Meinung nach existiert also alles, was nur in Magie gesteckt wurde, nicht wirklich. Diese 10% waren laut Saifo also nur Magie. Annika sagt, nein, das ist auch Schicksal. Das bedeutet, dass etwas, das nur Magie war, jetzt Magie und Schicksal sein wird. Natürlich wird es immer noch keine Zeit sein, denn sie sind sich nie uneinig darüber, wo Zeit, Magie und Schicksal ist. Aus nur Magie ist also nur Magie und Schicksal geworden, was bedeutet, dass dieser Abschnitt hierher verschoben wird und daraus 30% werden. Ich schreibe die neuen Prozentsätze hierhin. Okay, als nächstes, was sie in der Magie haben, schauen sie sich diesen Teil hier an. Laut Saifo ist dies nur Zeit und Magie, aber laut Alika ist überall dort, wo Magie ist, Schicksal. Das wird also zu T plus M plus F. Eigentlich wird das M zu M plus F. Das bedeutet, es werden alle drei. Das bedeutet also, dass die 10%, die ich hier sehe, tatsächlich in die Mitte wandern und daraus 30% werden. Gibt es noch weitere Änderungen? Lassen Sie uns kurz nachsehen, ob ich über diese 40% spreche. Das hat sowieso nichts mit Magie zu tun. Es ging nur um Zeit und Schicksal. Es gab also keine Meinungsverschiedenheiten. Meinungsverschiedenheiten gab es überall dort, wo Magie vorkam. Wenn ich mir diesen Abschnitt ansehe, habe ich die Änderung gesehen. Wenn ich mir diesen Abschnitt ansehe, haben wir wieder gesehen, was die Änderung ist, weil alle Magie ins Schicksal gelangt. Die neue Einschätzung, wenn Sie es sehen wollen, ist, dass es hier laut Anuka nichts gibt. Hier gibt es nichts, aber die neuen roten Zahlen zeigen Annikas Einschätzung. Okay, jetzt haben wir hier eine vollständige Visualisierung durchgeführt. Wir lesen unsere Aussagen eine nach der anderen. Die erste besagt, dass Annika diesen Gedankenstrich des Romans beibehält. Dies ist also der Prozentsatz des Romans, der sich mit der Zeit befasst und auch mit dem Schicksal. Das bedeutet, wir sprechen über Zeit plus Schicksal. Laut Anuka wollen wir wirklich sehen, wie viel Zeit plus Schicksal aus der Zeit herauskommt. Das ist der Prozentsatz, den man berücksichtigen muss. Wenn Sie die Analyse dieses Datensatzes hilfreich fanden, dann klicken Sie auf den Gefällt-mir-Button, damit auch andere GMAT-Aspiranten davon lernen können. Und um über solche Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben, klicken Sie unten auf den Abonnieren-Button. Um Ihr Lernen auf die nächste Stufe zu heben, haben wir eine kostenlose Testversion zusammengestellt, in der Sie Inhalte aus allen Abschnitten ausprobieren können, die in der GMAT-Fokus-Edition getestet wurden. Sie können beispielsweise Ihre CR-Vordenkfähigkeiten ausbauen. Sie können lernen, wie Sie Statistikfragen bei der Grafikinterpretation als Teil von DAI angehen. Sie können alles über lineare Ungleichungen lernen, wie Sie in der GMAT-Fokus-Edition getestet werden, und viele andere Inhalte. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung. Kommen wir nun zur eigentlichen Frage zurück. Wenn ich das im Grunde in Worte fasse, dann meine ich im Grunde, dass ich sehen muss, welchen Teil der Zeit der Kreis darstellt, der die Zeit darstellt. Welcher Teil davon stellt auch die Passform dar? Das ist also der Prozentsatz, den ich suche. Wenn wir uns nun das Fendiagramm ansehen, ist dies nun eine Einschätzung. Denken Sie daran, dass wir bereits gefolgert haben, dass dieser Teil 0% beträgt, da es sich hierbei um den gesamten Roman handelt. Die gesamte Analyse wird hier abgedeckt. Wenn Sie also sehen, dass Zeit plus Schicksal die gesamte Zeit ist, gibt es nichts, was Sie außerhalb davon in der Zeit haben. Hier sind es 0%, und selbst dieser Teil hat sich gemäß Annikas Einschätzung nach nach innen bewegt. Richtig, das bedeutet, dass es nichts gibt, das nur Zeit ist. Es ist alles Zeit und nur Vergänglichkeit. Und wenn es nichts gibt, das nur Zeit ist, bedeutet das, dass Zeit plus Schicksal die gesamte Zeit ist. Und da es sich um die gesamte Zeit handelt, bedeutet dies, dass es sich um 100% der Zeit handelt. Wir können dies also einfach mit Hilfe von Logik und der Übersetzung in einfaches Englisch tun. Abgesehen davon gibt es noch eine andere Möglichkeit, dies mathematisch mit Hilfe der vorhandenen Werte zu tun. Sie sehen also einfach, dass T plus F der Betrag ist, den T plus F aus diesen 40% plus diesen 30% ergibt, was 70% des Romans entspricht. Und wenn man sich auch die Zeit ansieht, sind das auch 70% des Romans, denn diese Dinge sind sowieso Nullen. Wenn ich das also mathematisch schreibe, kann ich sagen, dass dies 70% von N sind, sagen wir den Roman über 70% von N Sternchen 100, was natürlich 100% ergibt. Die Antwort ist also immer noch dieselbe, aber man kann sie auch logisch begründen. Okay. An dieser Stelle möchte ich Sie folgendes fragen. Wären Sie zu dem Lösungsansatz für diese Frage mit dieser Klarheit gelangt, wenn Sie sich nicht die Mühe gemacht hätten, die präsentierten Informationen gründlich zu verstehen? Das ist die Macht des Prozesses, sich den Datensatz anzueignen. Und da diese Fähigkeit vielen von Ihnen vielleicht nicht selbstverständlich ist, haben wir eine Kursarchitektur erstellt, die sicherstellt, dass wir Ihnen diese Fähigkeit in jedem geführten Quiz im EGMAT-DAI-Kurs vermitteln und diese Fähigkeit in jedem Übungsquiz festigen. Tatsächlich wenden wir in dieser Frage so mühelos Übersetzungskompetenzen an. Im EGMAT-Kurs lernen Sie, wie Sie diese Übersetzungskompetenz durch speziell entwickelte Übungen aufbauen. Im Laufe des DAI-Kurses werden Sie also anhand von etwa 500 Fragen solche Prozesskompetenzen erlernen, sodass Sie auch den Ansatz des Besitzes des Datensatzes sicher anwenden können. Kommen wir nun zur vorliegenden Lösung zurück. Schauen wir uns nun den zweiten Teil an. Dort steht, Annika behauptet, dass sich ein Prozent des Romans mit dem Thema Magie befasst. Sie sprechen also nicht nur über Magie, sondern über die gesamte Magie nach Anuka. Ich lösche also einfach das, was wir für den vorherigen Teil hatten. Betrachten Sie nun alles, was Magie beinhaltet. Es ist dieser gesamte Kreis für Magie, richtig? Und Sie addieren einfach alle Prozentsätze. Wir haben nur diese 30 Prozent in der Mitte. Wir haben diese 30 Prozent und der Rest davon ist 0. Dieser Teil ist 0. Dieser Teil ist auch 0. Dann sind es 30 plus 30. Was bedeutet, dass es sich einfach um 60 Prozent des gesamten Romans handelt. Das war wirklich einfach. Insgesamt wurde die Frage also einfach, nachdem wir verstanden hatten, wie Saifo dargestellt wird. Nachdem wir dann all diese Informationen über Anuka sehr, sehr sorgfältig übersetzt hatten, beließen wir es nicht bei der Übersetzung, sondern visualisierten alles und verwandelten es in ein neues Diagramm für Anuka mit all diesen roten Zahlen. Hier ging es also über das hinaus, was einem gegeben wurde, über den Text hinaus, und brachte es in eine visuelle Form, die uns dann half, die beiden folgenden Fragen sehr, sehr gut zu beantworten. Unsere Schlussfolgerung, dass nur Zeit, nur Schicksal 0 ist, half uns, die erste Aussage sehr schnell logisch zu beantworten. Wir sahen auch die mathematische Version, wie man sie lösen könnte. Der zweite Teil war dann wirklich einfach. Wir mussten nur den gesamten Prozentsatz sehen, der in die Magie einfließt. Das ist alles.